hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei green hell wir laufen mal wieder hier durch die gegend und ich habe wieder alles mögliche wenn die ganze zwei folgen netze im kreis gelaufen sehr schöne hat man auch nicht alle tage habe mir diverse krankheiten eingefangen aber nichts gefunden was ich brauchen könnte nein ich will kein code haben und ich glaube hier war ich schon mal bin mir aber nicht sicher denn hier sieht alles gleich aus hier war ich wohl schon mal hier kam ich mich vorbei da ist der stapel von dem sind hier oben müsste dann der dingen liegen stehen wo hier oder auch nicht egal danke nein brauche ich nicht ich glaube hier war ich noch nicht doch hier war ich schon und da kam ich dann gehe ich jetzt da rechts rum ich kann von da da bin ich mir eigentlich so zu 80 prozent sicher ich glaube ich gucke in der nächsten ab der nächsten folge noch mal das weiß echt langweilig euch aber ich gucke jetzt in der nächsten folge einfach mal ob ich die ganzen die ganzen basen im internet finde die ich dann so allemal ablaufen kann und noch weiter so ein laufplan sozusagen dann glaube ich komplett alle normal ab auch tatsächlich war ich schon müsst ihr unten wo das feuer sein oder wenn das stimmt dann habe ich bin ich schon wieder im kreis gelaufen ein weiteres mal es sieht nämlich so sehr danach aus oder doch nicht doch nicht aber ich gehe einfach mal hier lang schlimmer kann es nicht werden also irgendwann muss ich eigentlich rein per zufall auf irgendeines treffen ich höre wasser eigentlich von links aber ich glaube rechts ist das wasser auch nicht jetzt ist der sound auch wieder richtig ich weiß auch nicht irgendwie ist komisch alles hier ist auch noch die höhle genau wo man auch noch auskommt von der anderen seite oder ist das hier hier ist für das flugzeug auch verdammte axt warum denn immer ich will nicht immer im kreis laufen jetzt muss ich mal hier wenn ihr es was zu trinken nein es hat nicht geregnet stimmt waren wir nicht gerade eben bambus wo ich hier lang gelaufen bin warum sieht das eigentlich alles genauso aus wie es wie irgendwo anders so kann man sich nicht mal sagen hier auch gut das sieht genauso aus wie wie das wo ich schon mal war das kannst du gar nicht sagen dass hier zwar hier der stein ach guck mal der stein den kenne ich doch da bin ich doch vorhin gerade vorbeigelaufen aber ne da kannst du nicht du kannst keine ahnung sie kannst du nicht sagen dass das so aussieht und so aussieht weil das ich weiß nicht von da kam ich gerade eben ich jetzt hier mal hier hoch genau da gehe ich hier oben mal lang das geht wahrscheinlich bis hier vorne super obra special wie er sich immer wieder verläuft im neuen look heute mit kurze hose nein falsch da würde ich gerne mal hin weil das sieht nämlich aus wie eine höhle ich werde es mal was testen damit ihr wenigstens etwas seht genau 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 Genau, einmal das. Nein. Verdammt. Hm? Oh, hier habe ich wohl das Feuer gemacht. Verdammt. Was habe ich denn jetzt schon wieder an mir? Mein letztes Obsidian. Hallo? War das das? Ja, ne? Was? Man müsste eine noch hier liegen. Kann das sein? Oder habe ich beide zerkloppt? Ah, ich hatte beide zerkloppt, ne? Ja. Ja. Oh, hier hatte ich mein Feuer. Ah, da ist doch die, der Ding hier. Boah. Klasse, Berti. Ich bin ja richtig gut. Schon wieder im Kreis gelaufen. Diese Folge heißt, der Kreisläufer. Oh, der ist schon wieder fast müde. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, nur vom Laufen? Bist du... Ich habe besoffen oder was? Und vom Rennen kann es auch nicht sein. Also wenn ich renne oder sowas, dann... Warte mal. Wenn ich renne, dann bin ich im 14. nicht schon so müde, dass ich gleich ein Bett gehen kann. Das ist das... Was ist das für eine Pappnase? Das ist echt nicht... Das ist doch nicht wahr. Nicht normal. Das ist... Ich verstehe es alles nicht mehr. Gib mir den großen... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Dann trink doch was. Mist! So, bräuchte noch zwei. Mindestens. Aber ich plündere mal den ganzen Busch hier. Hallo, ich habe den Stock hier geschlagen. Den sieht man besser hier. Achso, das geht ja nicht. Ich habe ja noch nicht hier... Und dann noch... so... Wie viel brauche ich? Vier Stück. Und... So... was da wohl hinter sein möcht sein sein tut hier mein gott der durst und möchte resten also schlafen das ist ein lappen sage ich euch doch das einzige was der kann ist erschöpft sein er findet ja noch nicht was den richtigen weg bestimmt politiker eigentlich die schlafen ja auch immer so die anderen städtchen da sehe ich schon ich brauche aber noch zwei mussten er hat ein service was ein anderer ist in der anderen wenn ich alles will sind noch welche dran ist sehr gut 23 hier mit das sei was da dran hängt ich stelle diese bäume da ich weiß gar nicht warum man die noch braut ist das braucht man doch gar nicht dass die halluzination kannst du dir eh nicht vorrufen ja ein fall in ohnmacht ist egal ich war aber nicht müde wäre es völlig auch in ohnmacht das ist logisch ich will ich will nicht so rum hallo nimm mal bitte ich will ja nicht so rum warum so rumdödeln dass ihr hier war doch was zum waschen das war doch nicht da unten dass ich bin doch auch hierhin gelaufen zum waschen an die andere seite war das andere richtung jetzt sind auch noch würmer da ich ja du kriegst ja jetzt gleich eine sekunde bitte ist zwar das schmutziges wasser aber wo sind die denn ich habe kein wurm ach so den wurm hier meint er das da wenn du kannst du dich so schnell müde sein das ist doch echt unnormal wie soll man sich dunkel ich habe 8 uhr ich glaube ich sterbe ach stimmt ich habe doch dinge da an mir dran kleben ich hätte sogar ein bisschen weiter arbeiten das ist doch sehr schön wo zwar zu trinken was zu trinken aber hallo da geht doch noch weiter um die scheiß leiter hinzustellen so haben auch das heißt weise mal fünf mitnehmen davon nehme ich auch mal zwei mit wenn die gerade schon hier rumgammeln wo bin ich denn jetzt hier hallo hat ein glück schon gedacht hallo danke hier ist dort verarscht sehr geil so kann man das auch machen jetzt habe ich nämlich wieder voll wasser und habe nur zwei parasiten das ist ja mal der brüller schlechthin habe ich dir mal verarscht so schlafe ich erstmal bis der bis zum nächsten morgen und dann gehen wir weiter hoch wir sind zwar schon am ende aber das will ich jetzt noch sehen was da oben ist und das möchte ich dann natürlich auch im hellen so ganz hell ist es noch nicht das heißt wir gehen noch mal ein bisschen schlafen machen und du dürfte erreichen jawohl entschuldigung so neue höhle das ist bestimmt nur die eine höhle wie man von unten nach oben kommt ich weiß gar nicht was was haben wir denn hier ich glaube das ist einfach nur die wie man vom sag mal schnell naja das ist einfach nur hier kommen wir von von der dingens raus vom anaconda gebiet ist der wasserfall davon können wir mal hier runter platschen und dann gehen wir hier hoch ich habe aber noch nie gesehen dass hier so eine dingens war oder ach so dass ich glaube ich das führt da genau nach hinten auch ja na gut dann haben wir den den aufstieg mal sozusagen umsonst gemacht ist ja auch nicht schlimm ja dann würde ich erst mal sagen wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder ich wünsche euch noch einen schönen tag bis dahin euer wobra ciao ciao Bis zum nächsten Mal.